Guten Morgen, liebe Freunde, was läuft ab? Wenn wir raus, jetzt ist es Samstagmorgen. Der 26. September am Kürbis rausbringen. Und grosse Halloween habe ich da in der Kiste. Und es ist kalt wie die Sau. Wenn ich daran denke, vor ca. 8-9 Tagen war ich in Gomo, Italien. Es war 30 Grad und jetzt ist es noch 9 Grad ungefähr. Und es geht ein kalter Südwestwind. Ich denke, wenn ich zu Hause bin, muss ich einen Schnaps trinken. Ich habe jetzt ja vielen guten Schnaps. Traubenschnaps, Pflümli-Schnaps und Weibern. Drei junge Galloway verkauft. Die gehen auf Hof Varnsburg. Und werden da noch auf der Weide stehen, bis sie geschlachtet werden. Neue Abstreifer für den Pocker. Die müssen da ersetzt werden, dass da gar nichts mehr ist. Jetzt kommen da neue Platten rein, die auf der ganzen Breite wieder abstreifen. Wie gesagt, Regenwetter gleich Servicewetter. Die Prognose für nächste Woche ist gut. Ab Dienstag wieder schön. Und nächsten Freitag, Samstag werden wir Kartoffeln roden. Mit drei Meter Höhe habe ich gerade Glück. Der passt noch in meine Werkstatt rein. Einfahrt ist etwa 302 bei mir. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich da drei Stück Galloway verkauft. Ochsen, die gehen auf den Hof Varnsburg. Und werden da noch gehalten und dann geschlachtet. Bei Bedarf geschlachtet. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.